Hallo zusammen, heute geht es nicht um Homelabs, sondern mal um ein exotischeres Thema. Ich glaube eher, das ist was für kleinere Unternehmen oder Leute, die einfach Bock drauf haben, ein bisschen rumzuspielen und zwar ist die Überschrift Digital Signage, sprich, wenn ihr auf mehreren Displays das gleiche ausgeben wollt oder verschiedene Sachen, denkt einfach mal an zum Beispiel das Kino, ihr geht da rein und dann seht ihr gleich oben die ganzen Monitore und auf jedem Monitor sozusagen wird ja irgendwas anderes dargestellt, die Filme im Kino 7, die Filme im Kino 8 und so weiter, ihr lauft keine fünf Meter weiter, dann seht ihr schon die Fressbude, da seht ihr, okay, das Menü könnt ihr mit Popcorn und, was weiß ich, einer Coke bekommen und genau darum geht es, genau so eine Lösung im Open Source Bereich, Xibo wäre da so eine Variante, die man da einsetzen kann und das möchte ich einfach mit euch mal durchgeben, wie man es installiert, wie es funktioniert, damit ihr auch ihr, sag ich mal, im Open Source Bereich kostenfrei da so eine Software nutzen könnt, ohne dass ihr euch gleich einer teuren Lösung bedienen müsst. Wir sehen uns gleich auf dem Desktop und fangen damit mal an. Bis gleich! Gut, das sind wir jetzt auch wieder. Sollte ich ein bisschen verschnupft klingen? Ja, das ist auch so, mich hat es voll erwischt, aber trotzdem machen wir hier ein bisschen weiter. Ihr wisst auch, ich bin nicht ganz der Zeichenkünstler, aber ich hoffe, das Ganze ist verständlich, wie ich es versuche rüberzubringen. Fangen wir doch erstmal mit dem theoretischen Teil an. Ihr habt sozusagen eine Server-Client-Variante und das heißt, ihr habt an irgendeinem Standort habt ihr das CMS-System, also Xibo selbst, womit ihr eure Layouts vorbereiten könnt, die ihr letztendlich ausgeben wollt auf den verschiedenen Displays dann. Das geht natürlich an einem Standort oder halt auch verteilt über eure Locations, die ihr dann habt. Da müsst ihr natürlich eine Verbindung dorthin haben, damit die Clients letztendlich sich den Content abholen können und halt entsprechend darstellen können. Es gibt natürlich auch Lösungen, die hat man früher auch, wobei ich jetzt passen muss, wie die nochmal hieß damals. Da konnte man einfach, umso mehr Monitoren man an die Grafikkarte stecken konnte, umso mehr Ausgaben hatte ich dann am Ende. Da konnte man mit Extender und so weiter arbeiten. Diese Lösung ist so nicht aufgebaut. Das ist wortwörtlich eine Client-Server-Variante. Das heißt, ihr müsst definitiv, der Player muss definitiv ein Client sein und habt da auch verschiedene Varianten, werde ich euch aber dann zeigen, aber die, die ich jetzt bis jetzt kenne und auch genutzt habe. Das ist eine Linux-Distribution. Das seid ihr eigentlich fast schon frei, welche. Also die gängigen auf jeden Fall. Windows würde gehen, also auch Windows 10 und auch Android. Ich muss allerdings an der Stelle so ein bisschen zurückrudern, aber das werde ich euch auch sagen, was ich meine mit kostenfrei. Grundsätzlich ja, aber nicht alle Bereiche. Dann würde ich sagen, machen wir uns doch von dem theoretischen Teil mal eher an die praktischen Geschichten. Ich werde euch aber erst nochmal die Webseite zeigen und was dazu gehört. Wir sehen uns gleich wieder. Gut, halten wir es kurz. Das ist die Webseite, also über xibo.org.uk kommt er dorthin. Hier könnt ihr euch auch ein bisschen durchnavigieren. Wichtig ist eigentlich, was für Varianten es gibt. Ihr könnt es einfach einmal hosten lassen. Dann kostet natürlich die Summe X, kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich habe natürlich die Installation für Self-Hosting, also sprich, dass man selbst installiert und entsprechend die Clients dazu installiert. Hier seht ihr es auch. Android, Linux, Tizen, WebOS, Windows, wobei ich es zugeben muss, mit den beiden, also Tizen und WebOS, habe ich noch nie was gemacht. Und die Installation an sich gibt es auch in zwei verschiedenen Varianten, wenn ihr euch dafür entscheidet. Ihr könnt einmal einen Docker-Container euch bedienen und einmal halt die reguläre Installation. Ich werde auch gleich dazu sagen, in diesem Video mache ich keinen Docker, sondern es geht wirklich um die Installation. Ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ganz ehrlich, wenn ihr Copy-Pasted aus meinen Anleitungen, die ich letztendlich auch unten verlinken werde, in der Videobeschreibung, dann kriegt auch ihr das hin. Also das ist kein großes Hexenwerk. Ihr müsst halt nur ein paar Sachen beachten und sozusagen wie immer read the fucking manual und dann funktioniert das Ganze auch. Gut, machen wir uns doch nochmal kurz zu dem Thema, wo ich gesagt habe, ich muss zurückrudern. Fangen wir mal mit den Playern an. Ihr seht hier, das gibt es einmal für Ubuntu und da seht ihr die Lizenz, also insofern, ihr könnt das kostenfrei nutzen. Hier dasselbe in grün, für Debian auch kein Thema. Für Windows steht hier auch dabei. Free, das steht hier unten auch nochmal. Free of Charge, genau. Und also grundsätzlich, die Player sind soweit kostenfrei und auf GitHub könnt ihr letztendlich dann das entsprechende Release herunterladen. Wo ich zurückrudern muss, ist bei Android. Ihr seht es hier, das kostet leider etwas. Ich habe hier unten mal geschaut, habe das auch für euch gleich mal umgerechnet. Also die 15 Pfund Sterling kosten hier umgerechnet 18,12 Euro aktueller Stand heute. Und wie gesagt, wenn ihr das halt doch lieber darüber nutzen wollt, dann müsst ihr jetzt Geld bezahlen. Früher war das kostenfrei, hat sich wohl etwas geändert. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns dann die Installation. Das sehen wir uns gleich wieder. Gut, um euch einfach eher, sag ich mal, wahrscheinlich eher uninteressanteren Content zu ersparen, wie man irgendwie ein Betriebssystem installiert, habe ich jetzt diesen Part einfach geskippt. Ich habe vorbereitet einmal die Main-Maschine, das ist also, wo das CMS draufläuft von Xipo. Das ist eine Ubuntu-Server-Variante. Da seid ihr allerdings auch frei, genauso wie bei den Clients. Also ihr könnt euch auch entscheiden, ob ihr vielleicht auch ein Windows nehmen wollt mit irgendeinem Web-Server. Also grundsätzlich geht darum, ihr braucht einen Web-Server und ihr braucht einen MySQL. Ich bin der Meinung, wenn wir schon in dem Open-Source- und kostenfreien Sektor sind, dann sollte man sich vielleicht auch nicht zwingend jetzt noch in der Windows-Lizenz bedienen müssen. Aber das ist jedem natürlich selbst überlassen, womit ihr euch sicherer fühlt. Grundsätzlich, wie gesagt, für das CMS habe ich einen Ubuntu-Server genommen. Gut, um es euch einfach mal zu zeigen, habe ich jetzt einfach mal eine Windows-10-Maschine genommen und ich habe eine Ubuntu-Desktop-Variante als Client nochmal genommen. Auch da, die Maschinen, die Ubuntu-Maschinen, die beiden, die habe ich komplett geupdatet. Und das ist die 20, boah, ich müsste jetzt lügen, kann ich euch jetzt, da steht es ja, 20.04 LTS, beide. Und der Windows-Windows-10, ganz ehrlich, da habe ich irgendein ISO genommen, die ich rumfliegen hatte. Ich glaube, es ist ein 19.09 oder so. Ich habe die jetzt nicht geupdatet, gar nichts. Einfach nur rein und gebe ihm. Die sind sozusagen in einem Netz und das war es auch schon. Also zum Zeigen reicht das. Wie gesagt, sind soweit vorbereitet, Updates und alles sind durch und dann habe ich natürlich, wie immer, wenn man in anderen Videos verfolgt, wird immer natürlich ein Snapshot gemacht. Ihr seht, wir sind jetzt bei dem Stand nach dem Update. Und dann würde ich sagen, da würde ich auch den Content einfach etwas vorspulen. Alles, was ich jetzt tue, ist letztendlich nur Copy-Pasten und Installieren. Und ich denke, das wird für euch wahrscheinlich auch etwas langweiliger sein. Deswegen wird man den einen oder anderen Part einfach im Schnelldurchlauf dann machen. Dann fangen wir doch einfach an. Also was benötigen wir? Wir benötigen also den Web-Server. Dazu habe ich schon mal sämtliche Sachen kopiere. Also kopiere ich jetzt, was ich mir zusammengesucht habe. Oder wir brauchen ein Apache, wir brauchen, ja, oder also was auch immer ihr für einen Web-Server. Ich habe mich jetzt für einen Apache entschieden. Ich habe ein MySQL, ich habe PHP und die entsprechenden Requirements, die wir für PHP brauchen. Die könnt ihr, by the way, auch hier nachlesen. Hier steht es auch. Also auch das werde ich euch verlinken. Was für Requirements ihr habt für den Web-Server. Gut, natürlich sind wir da schon ein bisschen weiter. Habe ich eine neue Variante genommen. Den Web-Server. Wir haben hier PHP 7.4, glaube ich, jetzt sogar mittlerweile da drauf installiert. Das müssen wir alles noch machen. Wir sind dann bei dem Part hier unten. Genau, diese Modules, die habe ich natürlich auch schon mit hier dabei. Und das Ganze installiert jetzt. Und ja, lassen wir es einfach durchlaufen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, er ist schon durch. Alles klar. Können wir auch gleich weitermachen. So, wenn alles funktioniert hat, dann müsste jetzt der Web-Server direkt hier auch funktionieren. Wenn ihr es nicht wisst, ihr könnt einfach hierher gehen mit IP-Adress. Und dann guckt ihr, was der für eine IP hat. Der hat die 21. Also die 10. 10. 70. 21. Und der Web-Server funktioniert. Passt soweit. Okay, prima. Dann, da jetzt natürlich noch alles nackig ist. Ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht auf Sicherheits-Themen etc. eingehen. Das, denke ich mal, setze ich jetzt voraus, wer so ein Projekt basteln will, dass der so ein bisschen Vorkenntnisse hat. Das heißt, jetzt haben wir ja auch ein MariaDB installiert. Das heißt, mit MySQL könnt ihr, also habt ihr jetzt eine Datenbank. Und grundsätzlich auch Xibu wird später so funktionieren, dass ihr die Datenbank aus dem Web-Frontend anlegen könnt. Wenn wir uns aber jetzt schon für den Hardenwick entscheiden und machen, das ist jetzt ohne Docker, sondern wir installieren alles manuell, dann tun wir das jetzt natürlich auch gleich auch mit der Datenbank. Das heißt, ihr müsst hier mit MySQL-U für User und klar, es ist noch nichts hinterlegt, also das rote User, der drankommt, minus P für Password, da wir noch nichts eingerichtet haben, können wir auch mit Enter weiter und wir sind drin. Das sollte man natürlich später ändern. Wie gesagt, es ist eh nur ein YouTube-Video für euch, damit ihr sowas nachbauen könnt. Ich ignoriere das jetzt einfach mal an der Stelle. Ihr solltet das Passwort ändern, aber belastet es so, also belastet es nicht so, ändert das Kennwort in ein sicheres, also mit einem Kennwort. Meine Herren, ihr wisst, was ich meine. Also, was müssen wir machen? Wir machen Create Database und habe ich natürlich auch schon für Copy-Paste vorbereitet. Also Create Database und dem Kind einen Namen geben. Bei mir heißt es Xibu-DB und das Ganze natürlich mit dem Semicolon beendet. Schuss und ihr seht, passt. Ihr braucht auch einen Benutzer, den habe ich natürlich auch schon vorbereitet. Ganz simpel, da mache ich mich jetzt nicht lange rum. Das Einzige, was ich jetzt tue, ich muss das hier wegmachen. Ich habe da ein Thema gehabt bei meinem vorherigen Test, wo ich es für euch vorbereitet habe. Den habe ich jetzt noch nicht behoben, das will ich jetzt in diesem Video mit euch zusammen machen. Da ging es darum, dass ich kein, also wenn man eigene Images hochgeladen hat, also eigene Bilder und dann hat er irgendwie in dem Convert-Prozess irgendwie ewig gehangen. Und wenn man danach gegoogelt hat und dann hat es geheißen, ja Moment, also für mich völlig unverständlich, aber okay, dass wohl in dem Datenbankpasswort irgendein Sonderzeichen drin ist. Und daher ging das nicht weiter, hat nicht funktioniert. Deshalb, wir machen es jetzt einfach mal so, wie es da jetzt steht. Einfach mal jetzt ganz simpel XIBO1, das ist jetzt, ja, nennen wir es jetzt mal auch nicht ganz sicher, aber wir belassen es so. Also User XIBO und XIBO1 das Passwort. Wir machen Enter und auch das hat funktioniert. Jetzt müssen wir dem natürlich noch die Rechte auf die Datenbank geben. Also, das habe ich natürlich jetzt nicht vorbereitet zum Copy-Paste leider. Grand All Privileges. Privileges. Ja, so schnell kann es gehen, wenn man Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Ich habe hier einfach ein L vergessen, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, ich nicht. Gut, einfach hier mit All und dann war es das auch schon, also grundsätzlich war es schon richtig. Dann noch hier Flush Privileges und dann mit einem Exit kommt der raus. So, das ist eigentlich alles an der Stelle. Das heißt, ihr habt einen Benutzer angelegt, ihr habt eine Datenbank angelegt, den Benutzer auf die Datenbank somit berechtigt, allerdings nur für Local Host. Das heißt, von Remote dürfte ich jetzt nicht darauf zugreifen. So, das nächste, was wir machen müssen, wir müssen dann eigentlich die Apache-Config anpassen. Aber da würde ich sagen, den Schritt überspringen wir jetzt, weil ich nämlich noch den Ordnernamen benötige. Also, da können wir uns eigentlich jetzt schon hermachen. Ich zeige euch einfach, wo es ist. Wie gesagt, auch in der Videobeschreibung werde ich es verlinken. Beziehungsweise auf meinem Blog werde ich es nachsehen können, die ganze Anleitung. Auf GitHub könnt ihr da entsprechend die letzten sozusagen Releases einsehen und herunterladen. Ich habe mich jetzt für die 3.7er, das ist die Latest und Stable-Variante. Ansonsten könnt ihr auch eine Beta-Variante Preview-Release nutzen. Und ja, wie gesagt, ladet euch einfach hier runter, was auch immer ihr hier wollt. Da ich das schon mal vorbereitet habe, habe ich es jetzt auf meiner Windows-Büchse liegen. Ich habe es jetzt halt in der Zip runtergeladen. Ihr könnt es natürlich jetzt auch direkt auf die Maschine herunterladen mit WGET. Ich gehe natürlich jetzt in den umständlichen Weg. Ich habe es runtergeladen, ich habe es entpackt und schubse es dann mit entsprechend FileZilla hoch. Und da sehen wir uns einfach gleich wieder. Bis gleich. Gut, ihr habt jetzt nicht wirklich irgendwas verpasst. Also, wie gesagt, ich habe das Release runtergeladen, entpackt und ich habe es jetzt mit FileZilla hochgeladen. Ihr seht es auch hier in das Verzeichnis, also www.html. Da ist jetzt ein neuer Ordner, das habe ich hier hochgeladen. Und wir werden später aus diesem Verzeichnis sozusagen die Webseite öffnen. Dazu habe ich aber längst schon mal das geöffnet, was hier die Vorbereitung betrifft. Also hier steht es ja auch ohne Docker. Und da ist halt eine Empfehlung, die da drin steht. Da steht aber auch, dass ihr es theoretisch machen könnt, wie ihr wollt. Allerdings, wenn sie Unterstützung leisten sollen, dann wird es unter Umständen sowieso kostenpflichtig. Aber dann sollte man sich wenigstens daran gehalten haben. Also grundsätzlich, hier steht ja, dass das Default-Verzeichnis in der Regel entweder www ist, beziehungsweise standardmäßig ist es beim Apache, VW, HTML. Und dann sagen sie halt, okay, das Webverzeichnis wäre dann das, was man da am Ende hat, wenn man jetzt auf diesen Ordner hier verzichtet hätte. Ich bin froh, davon die Versionierung mit reinzumachen, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann ja letztendlich in der Config später hinterlegen, wo der Web-Server direkt hinzeigen soll. Und das ist auch das, was die hier sagen. Man könnte jetzt zum Beispiel auch hier rein den Content legen und einfach mit dem Simlink arbeiten. Das habe ich jetzt aber auch übersprungen an der Stelle. Und wie gesagt, hier schreiben sie auch User Virtual Host. Das ist letztendlich, kann man sagen, wenn ihr, genau, unter etc, Apache, und Sites Enabled, dann ist ja diese Default-Config hier drin. Ganz ehrlich, ich werde mich jetzt dieser bedienen, da es bei mir in die Produktiv gehen wird. Das ist jetzt nur für euch, um es zu zeigen. Der Inhalt wäre dann einfach in einem neuen Config sozusagen. Aber gucken wir mal da rein. Schmeißen alles, was hier drin ist, raus. Das habe ich nämlich auch schon vorbereitet. Ihr werdet sehen, das macht keinen großen Unterschied. Jetzt habe ich natürlich einen Ordner kopiert. Sekunde. Ach, das da, genau. Machen wir es hier rein. Und dann, wie gesagt, es ist absolut die gleiche Config. Das Einzige, was passiert ist, der Content ist dazugekommen. Das ist teils hier auch noch Vorgabe. Allerdings, wenn ihr das direkt so rein kopiert, hat das bei mir nicht funktioniert. Nach einem kurzen Googlen stand halt dabei, dass man innerhalb von Directory reinsetzen muss. Und hier endet das Ganze dann mit Directory sozusagen. Das war bei mir dann alles und bei einem Fehler. Und dann lief der Apache auch schon wieder. So, wichtig ist halt, was die hier aufschreiben, dass man das Webverzeichnis zeigt. Und das tun wir hier an der Stelle halt auch. So, so man ist diese Config auch schon mal vorbereitet. Und da könnt ihr da rausgehen. Das nächste, was ihr natürlich jetzt machen müsst, jetzt haben wir das soweit angepasst. Wir müssen jetzt noch, das steht hier unten, URL Rewriting müssen wir aktivieren. Also, da müsst ihr A2, was ist das, NMod, Rewrite, genau. Genau. Also, was er jetzt halt sagt, wir müssen den Apache neu starten. Das müssen wir aber sowieso. Dann würde ich aber jetzt noch eine andere Vorbereitung machen. Und zwar, wir haben ja PHP installiert mit sämtlichen Modulen. Und dann müssen wir auf jeden Fall für die Empfehlung noch Sachen in der PHP-INI vorbereiten. Dazu einfach in ETC, PHP, PHP, dann die Version. Und dann müsste es die PHP-INI geben. Ne, Moment, was haben wir hier? Entschuldigung, für den Apache. Und jetzt gibt es eine PHP-INI. Und da könnt ihr mit Steuerung W, könnt ihr suchen nach Post, was ist? Max. So, das ist hier. Das sollte natürlich ein bisschen mehr als 8 MB sein. Empfohlen sind 128. Ich mache gleich 256 draus. Dann suchen wir nach dem nächsten Step. Und zwar nach Upload. Upload, 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 Upload. Max. Und dann gucken wir mal, was er findet. Genau. Hier ist jetzt 2 MB, ist doch ein bisschen mager. Da machen wir dann auch 256 MB draus. Speichern das Ganze. Und jetzt kann man Apache, Service, Apache, 2, Restart. Und wenn jetzt kein Fehler kommt, sieht es jetzt schon mal gut aus. Dann habt ihr eigentlich soweit alles vorbereitet. Die einzige Kleinigkeit, die jetzt noch fehlt. Wir gucken es uns an. Noch eins zurück angucken. Das ist natürlich jetzt suboptimal. Natürlich muss der www.root berechtigt sein und nicht der www.data und nicht der root berechtigt sein. Ergo müssen wir jetzt natürlich hierher gehen und sagen, Change Owner, dann www.data. Die Gruppe noch da drauf und dann Xibo. Genau. So. Und jetzt, wenn wir jetzt ein LS nochmal machen, dann seht ihr, okay, www.data. Perfekt. So soll es sein. Und dann haben wir eigentlich die wichtigsten Vorbereitungen getroffen. So. Und jetzt können wir uns eigentlich auch schon anschauen, ob das Ganze funktioniert. Gut. Das ist die IP von der Maschine. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann müsste er jetzt eigentlich den Installationsprozess mir anzeigen. Das heißt, der Webserver zeigt auf, dass es das Webverzeichnis ist. Und darin, wie gesagt, ist die Installationsroutine. Wir machen einfach mal ein Enter. Und wie wir sehen, funktioniert das Ganze auch. Wir scrollen mal runter. Aber ich sehe gerade, er mobbert immer noch das hier an, obwohl wir es geändert haben. Ach, da, da fehlt noch was. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach nochmal da rein. Das war hier. Und er möchte die Max-Execution. Max-Execution. Der Time möchte er auf 120 Sekunden haben, kriegt er natürlich noch. Sonst speichern wir das Ganze und dann hoffen wir, dass wir jetzt alles haben. Also dann tun wir nochmal eine Apache auch nochmal durchbooten. Also restarten. So, wenn wir jetzt hier auf Retest gehen, müsste, perfekt. So, gut. Dann sei es mir verziehen. Den einen Punkt habe ich wohl doch übersehen. Jetzt ist alles so, wie es sein soll. Funktioniert soweit. Dann können wir auch schon die Installation fortsetzen, indem wir hier unten auf Next klicken. Hier will er, genau, hier geht es um die Datenbank, wir sagen Existing. Das ist das, was ich meinte, ihr hättet jetzt hier auch einen anlegen können. Brauchen wir an der Stelle nicht, weil wir haben es ja. Das ist hier der Local Host, weil er ist es selbst. Oder wäre es halt die 127.001 gewesen an der Stelle. Dann Database Name, haben wir ja gesagt. Xibo-DB. Der Database Username ist Xibo. Und Xibo1 haben wir als Passwort genommen. Sind wir uns einig? Das ist alles andere als sicher. Aber ich gehe davon aus, wenn ihr es produktiv macht, dass ihr da natürlich sinnvolleren Namen nehmt. Und nicht gleich den Namen des Produkts, weil das ist schon relativ leicht zu erraten. So, wir gehen auf weiter. Wenn alles gefruchtet hat, dürfte jetzt hier auch kein Fehler kommen. Gibt es hier auch keinen. Und auch hier immer mal Xibo. Und von mir aus auch Xibo als Passwort. So, eine Sache, die ihr noch benötigt. Das habe ich das jetzt schon geschlossen. Ich habe es leider geschlossen. Die empfehlen auch die Media Library, die wir letztendlich hoch- und runterladen können. Dass wir die in einen gesonderten Ordner machen, der nicht in diesem Webverzeichnis ist. Dann machen wir einfach hier einen Ordner. Media. Und natürlich müssen wir auch den Owner ändern. Na gut, da brauchen wir das jetzt nicht. Dann machen wir mal www.media. So, und jetzt müsste da auch. Genau, das passt soweit. So, haben wir das auch geschafft. Dann gehen wir da rein. Können wir es uns nämlich gleich kopieren. Media. Und dann nehmen wir das hier. So. Kopieren es hier rein. Natürlich ohne den Hashtag. Genau. Das ist der Serverschlüssel. Den braucht ihr später bei den Clients. Zeige ich euch aber auch. Und die Statistiken. Ist hier nur ein Test. Geht ihr also nichts an, was ich jetzt hier als Test mache. Gehen wir auf weiter. Und dann seid ihr eigentlich auch schon durch. Das heißt, Xibu an sich würde jetzt funktionieren. So, man merkt ja natürlich immer im Nachhinein, wie lange ein Video geht, wenn man das Ganze umgesetzt hat und schneiden möchte. Deswegen würde ich auch sagen, machen wir jetzt an der Stelle mal einen Cut. Und wir machen im nächsten Video dann weiter. Da zeige ich euch die Oberfläche. Und dann wird es ein drittes, letztes Video geben, wo ihr die Clients seht und wie das da dann ausschaut. Dann würde ich sagen, danke ich euch erstmal für diesen Part vom Video. Und wir sehen uns natürlich gleich im nächsten Video. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao. 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 .